Herzlich Willkommen auf Unbox Kings. In der heutigen Folge geht es um die Releases der aktuellen Woche. Porno Mafia Kings of Base. Wenn man zwei Rapper mit dem Begriff Porno in Verbindung bringt, dann sind es auf jeden Fall diese beiden Herrschaften. Im Jahr 2006 veröffentlichten Frauenarzt und Orgi das Album Porno Mafia. 13 Jahre später bringen die beiden Berliner Untergrundlegenden ihr neues Kollaborprojekt und treten dabei unter dem damaligen Albumtitel in Erscheinung. Kings of Base kommt mit 20 Tracks, Feature gibt es genau eines und dieses kommt von Antifuchs. Das Album kommt über Isle of Money Records und erscheint als CD. Luciano Millis. Im November 2018 erschien das letzte Album Loco. Danach trat Luciano vor allem durch Featurebeiträge und zahlreiche eigene Singles in Erscheinung. Nun kommt Soloalbum Nummer 3. Millis kommt mit 17 Tracks, Features kommen unter anderem von Rin, Summer Jam, Ufo361 und Samra. Das Album kommt über Urban und erscheint als CD und auch als Box. MC Bomber und Shucky One Nordachse 2 Vor 5 Jahren erschien das erste Kollaboralbum der beiden Nordachse. In der Zwischenzeit veröffentlichten Bomber und Shucky diverse Soloprojekte, jetzt sind die beiden Punzenknacker wieder vereint. Nordachse 2 kommt mit 16 Tracks und beinhaltet keinerlei Features. Das Album kommt über Nordachse und erscheint als CD und auch als Vinyl. Eure Meinung zu den kommenden Releases würde uns natürlich interessieren. Schreibt sie uns in die Kommentare. Darüber hinaus könnt ihr auch gerne oben rechts auf die Info klicken und dafür abstimmen, auf welches der Releases ihr euch am meisten freut. Alle Infos und Links zu den Alben findet ihr wie immer unter dem Video in der Videobeschreibung. Dort findet ihr dann auch die Links zu den jeweiligen Unboxings. Das war's für heute. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Passt auf euch auf. Ciao.